Noch ist sie halb leer Ja, Hütten überprüfen Ja Is Aber ich spiel auch alle seit Digga, recht ist 16, Junge Ja, als ich grad geguckt hab, war's 12 gegen 12 Okay 17 gegen 17 Digga, 3 Goldlevel im Gegner Team Was ist das denn? Ich sag ja Da überleg ich sogar auf Hoff drin zu bleiben Auf Hoff drin zu bleiben Ja Digga, was ist denn mit denen? Die stehen alle ganz hinten auf Ah Hm Oh, und der hat auch überleg ich nur durch einen Blaster hinzunehmen Das ist ein wilder Call Das ist ein wilder Call Das ist ein ehrlich wilder Call Bist du dabei? Ach, ich hab auch schon Digga, ihr habt schon 5000 Digga, gar nicht gecheckt Ja, weiß ich nicht Oh, ich hab zwei Backen Er ist nicht mehr Haua Du überlegst Blaster Held Die ist komplett free Du überlegst Blaster Held, Junge, du Heuchler Du bist ein Heuchler, Junge Du bist ein Heuchler, Junge Oh mein Gott, da sind so viele Oh mein Gott, da sind so viele Da steht die komplette Armee Das ist mir auch ein paar Das sind mir auch ein paar Digga Hätten fast alle bekommen Der Taktikbrühe, der wollte den Punkt halten Uäh Neuglasstuhrgarten Digga, Niklas Neuglasstuhrgarten Uäh Die sind so viele Wir haben einen Krieg zum nächsten Der Kist ist zu gut Er hat uns irgendwo noch eine Uäh Nicht hinterher schreien ab Ja, gerne Na ne gegen den Platz hab ich jetzt Ungern kämpfen, Aua Ein Panzer Level 1 Der ist stark, Alter Oh mein Gott, auf meiner Seite sind so viele Ich wills nicht beschwören, ne? Aber wir wissen beide was hier Sache ist, Hitachi Mhm Das kann Ne extrem angenehme Runde werden Lass mich, lass mich Ich 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 hab nicht mal nen Hit auf ihn gemacht Digga, stehen hinten viele Die stehen hier alle im Spawn Ich find dieses mit dem Besieg, das kannst du eigentlich So leicht fixen Du Da Dann machst du einfach Spawn Protection rein Das kannst du bei jedem spawnen Das wär jetzt echt wenn du an der Zeit stirbst, ne? Wie Dann legt das was zu schnell, ist ja Runde raus Ich 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 Geh Geh Am besten da wo die meisten Kampfruinen sind Ja Ich hab ja schon 25 Ja Also Street meine ich Ja Du bist halt immer erst wenn du einblick hast Dann bekommst du ganze 10 Punkte verkürzt Ja du hast mir grad echt Du kriegst die viel leichter als ich Du ziehst mir die immer weg Deswegen habe ich immer weniger als du das meine ich nicht böse aber es ist so aber wenn das eine gute runde ist dann hast du zwei aufnahmen wieder ne? weil ich nehm auch auf. ja wenn. naja weil den seht ihr euch ja immer. ist ja egal. ist in der hinsicht dann dasselbe gameplay quasi. weil du das vom anderen die das ist ja geil wenn du so zwei mal so das selbe game hast unter unterschiedlichen perspektiven finde ich schon angenehm vor allem einmal halt mit commentary so als quasi normale folge und einmal halt als skill streamer. weil ich finde echt wenig gegner. weiß ich. an sich freut man. endlich mal gut weggepullt. hast du glückgegeben und ich hab ihn gepullt? nee aber der hat das wachgeschütz gerade auf mich gedrückt. opa. dicker. der geiert auf dich ne? ich geier auf. er ist 4w30. er kann nichts. mein trick. ja das war's. boba. ja der boba ist aber schnell gestorben. ja. dicker. so süß. ist ne droide mit der standardwaffe. das ist so cute gerade. da ist schon wieder eine mit der standardwaffe. da ist ein raider gell. und mall. vorsicht. ich bin einsicht. ich bin safe. maul ist rot. raider ist 308. da musst du aufpassen. das letzte mal hast du dich aufnahmen gemacht habe. na gut ja. ne. bei mir viele. bei mir ist auch ein held. kylo. ja es ist gerade ein problem. ich habe gerade leider schaden gefressen. kylo lass mich doch einfach. du lebe 3er. ja warte. ja warte. wunde kurz. uuuh. wie freest der mich ein dicker. was denkt der wer er ist? bitteschön fürs helfen du arschloch. ja. er sagt ja ja. 3er eingefroren hat. ich weiß ich nicht. wir schießen drei superkampfruinen. drei ruine. ich kassel und ein kanonenboot auf mich. oh god. panther. ja. der hat nicht gepolt. ich zieh der schaden ab, ob es nicht gepolt ist. welcher held ist hier? das würde ich jetzt gerne wissen. bevor ich gleich drauf gehe. oh. vaiders. der ist aber auch fast tot. Diggaat! Vailers, was du mit deinen reißen wolltest. Bitte nicht, MTD. Dankeschön, hallo, hallo, hallo. Ich wucht dich, gell? Ich seh' das. Karol, 50 mal weg. 49, 50 geknackt. Diggaat, das sind zwar hier angenehme Truppen, aber die du eh gerade stämme ich gerade mit dir hier. Ich bin am MTT hängen geblieben, ich hab 300 Leben verloren. Aua. Das ist zwar mies, aber das regenäst du easy mit den normalen... Oh oh. Mein Gott, da habe ich gerade zu viel Schaden weg. Panzer! Ich muss hier weg. Oh 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 oh, ne ne, das ist gar nicht gut. Ich find's grad lustig, dass der eine so richtig verliaselt. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Panzer! Scheiße. Ja, okay, das hat jetzt nichts sein müssen. Warum stehe ich denn immer so ungünstig? Digga, wir... Ah, okay, die Phase schaffen wir, schaffen die noch, Alter, zum Glück. Ja, das war bei mir eben nicht der Fall. Da war ich bei ungefähr denen, wo du jetzt bist. Ich sehe keinen Gegner. Oh mein Gott, da habe ich grad viel Schaden gefressen. Ich habe das ganz schwierig, Digga! Wir müssen aber schauen, dass die die nächste Phase auch schaffen, ne? Hm... Digga, warum müssten die alle denn nicht auf Objective gehen? Das muss doch nicht sein! Ehrlich? Ich... Na gut. Haben sie. Den Einfilm muss ich mir jetzt noch mitnehmen. Und jetzt ganz recht da rein. Kein Panzer, nicht bitte. Den hole ich mir noch. 65, Digga, in der ersten Phase! Was ist das? Obwohl, ist nicht so viel, ne? Grüß, Moral. Dankeschön für die Lehm. Laufendes Med-Kit, Moral. Laufendes Med-Kit, sagte! Nein, ich hab's dabei bekommen! Oh, oh! Digga, das war knapp. Dankeschön. Wir müssten die echt durchlassen, ne? Nee, das war ne feindliche Stolpermine, ich depp. Oh, das tat weh. Digga, der Payday will ich nicht unbedingt haben. Ich bin gleich gut. Ich war 91 Leben. Das ist Urfall da. Lass sie mal kurz reinpreschen, bitte. Da. Hm, aber Vaid hab ich trotzdem gemeint. Tricked. Oh, ich glaub, jeder andere rettet da. Ach, du Scheiße. Digga. 70er Streak. Ja, bitte, komm! Überbrück das, sehr, sehr schön. Ach Digga, mach dein Däsch halt vorbei. Hm, vorbei. Die ganze Zeit immer solche vereinzelten Leute. In der Gruppe ist Lämmen tot. Oh, du musst aufpassen, dass du noch in die Tür reinkommst, gell? Ich würd zurückgehen. Die packen das nämlich jetzt. Das hab ich, glaub ich, nicht mehr. Nee! Aber ich hab Einsicht, die sehen mich ja nicht. Der Vayler hat trenches hinbekommen, alter. Oh, also gut. Aaah, Grievous? Na, er sieht mich nicht. Weng der Einsicht. Als soll er da. Jetzt geht's die Einsicht aus. Jetzt ist die Einsicht aus. Jetzt ist hier langsam rein. BITTE BITTE BIA! Ja ist gut. Er ist gar nicht so nah. Hallo, wie war denn? Pass auf! Warum sind hier denn überall Droidicards? Was ist denn das? Du bleiben die Droidicards! Nein, kein Müllgegriff, bitte! Wir müssen sie ja auch wieder reinpashen lassen, nach hinten mit der Hängerung zu kommen. Ja, 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 ja. Also nicht so zu schnell killen. Da ist Veila. Veila, der kämpft da hinten so ein bisschen. Maul, warum? Digga, dann parry ich dich halt tot. Lass das! Digga, das könnte, glaub ich, eine richtig krasse Runde werden auf Silberassistenseite, ne? Oh, oh, Doku, dann muss ich auch was. Wenn es eine Runde gibt. Wenn das nicht schon die Rückrunde ist. Dann ist es so, dann gehe ich auch auf Hoff rein, Alter. Dann gehe ich auch auf Hoff rein. Nein, Vader! Nee! Das erste Mal, als Miklas freiwillig Hoff spielen würde. So ist es. Doku! Boah, der Arme! Alter. Der ist, glaub ich, gequittet. Oh, Kredos. Hi! Schaffst du des Fahrtags? Äh, bei Svetl, ich brauch Hilfe. Dann ne, muss ich mich auch nur holen. Oh, da geh ich mit der Vergeltung rein. Oh, oh, oh. Was macht das? Ich hau ab, na? Ja, ich auch. Ich lass den Vader safe in Ruhe. Dann gehst du mal seinen Truppen. Digga, das glaubt, das könnte meine beste Anakin Street of Allerzeit werden. Ich find das geil, wie Tatsui mit 105 Kits in der Zone und mit 75 ist. Oh, oh. Oh, oh. Fick dich, Vader. Geh, geh zurück, geh zurück, Wartex. Geh zurück, geh zurück. Fick dich, Wartex. Fick dich, Wartex. Fick dich, Delphine. Justo, piss dich. Alter, ich hab gar keine Runde, Tatsui. Das ist ehrlich krass. Wir müssen dich gleich durchpreschen lassen, ne? Niklas. An den Sporn zurückziehen. Digga. Wir müssen, äh, Bro, das schaffen wir sonst nicht, wenn wir sie weitermachen. Ich bin tot. Geht doch in den Sporn rein und wartet, bis dann wenn die zu euch kommen. Ja, komm, Niklas, geh mal zu bissl zurück. Wir müssen dich durchpreschen lassen. Aber das schafft man unsere Maze, glaub ich, nicht. Naja, schaffen wir alle nicht. Noch einer? Ja, egal. Maaan. Kann man aber hochladen für mich. Also meine, meine Ansicht. 95er Street, oh mein Gott. Alter. Wenn du nicht ein paar mehr weggezogen hättest, also das ist keine Kritik, ne? Aber wenn du nicht ein paar mehr weggezogen hättest, hätt ich auch 100 bekommen. Also alleine wär das auch ne 100er gewesen mit Ray. Aber am Anfang hab ich dir ein paar weggezogen, aber am Ende gar nicht mehr so viel, oder nicht? Ja, am Ende. Rückrunde. Am Anfang mehr, ja. Rückrunde. Rückrunde. Ja, das wird ne Maul oder ne... Ja, das wird ne Maul oder ne...